Ja, moin! Ich habe gleich einen Termin bei ATU zum Klimaservice. Man liest ja immer in vielen Foren und so, ATU, Fall der Fuscherladen und so weiter und so fort. Ich habe da jetzt mal einen Termin gemacht, ich will einfach mal einen kleinen Erfahrungsbericht geben. Es geht um dieses wunderschöne in die Jahre gekommene Auto hier, einen Subaru Impreza. Ja, lohnt sich nicht dafür Geld reinzustecken. Die haben mir jetzt Preise gesagt, Festpreise, wenn die Anlage noch nicht komplett leer ist, 70 Euro, wenn sie komplett leer ist, 100 Euro. Ich wollte einfach mal eine Momentaufnahme machen, noch bin ich absolut guter Dinge, dass das alles klappen wird. Und dann werde ich mich nachher nochmal melden, wie es denn so lief. Bis denn! So, ein kurzer Zwischenstand. Ich habe den Wagen jetzt abgegeben, die meinten es dauert eineinhalb Stunden. Und musste hier so einen Schein unterschreiben. Da ist erstmal der Betrag von 70 Euro jetzt drauf. Wie gesagt, weil es die Anlage komplett leer ist, kostet es doch 100. Und ich gehe jetzt eine Runde spazieren und dann schauen wir einfach mal. Die wollten sich dann melden, wenn es fertig ist. So, da sind wir wieder. Hat soweit alles gut geklappt. Um 8.30 Uhr hatte ich ja den Termin und sie sagten, eineinhalb Stunden wird es dauern, damit ich eine Runde durch meine Stadt spaziert. Und kurz vor 10 war ich wieder da. Und auch so 5 nach 10 oder so haben sie mir gesagt, es ist fertig. Preislich sind wir genau bei den 72 Euro jetzt. Haben wir noch gesagt, dass sehr wenig Kühlmittel drauf war. Hier, das sind diese 185 Gramm und drauf gehören 650. Genau. Dann habe ich noch gesehen, dass es auch Aktionspreise gibt. Also das war jetzt bei mir tatsächlich der Normalpreis noch. Es gibt noch Aktionspreise von 60 Euro. Die Aktionen gingen allerdings nur bis zum 12. Mai. Heute ist der 24. Also es geht sogar noch günstiger. Ich muss sagen, bis jetzt, ich bin super zufrieden. Also wenn das jetzt soweit dicht ist, aber Dichtigkeitsprüfung ist ja auch mit drin gewesen. Für das Geld für 70 Euro eine Klimaneubefüllung ist, denke ich, ziemlich günstig. Also Daumen hoch.